hallo ihr lieben schönen guten abend es ist wieder mittwochabend hier ist wieder der benny mit den neuen angeboten vom lagerverkauf freilinger ich warte noch mal einen kleinen moment bis die ersten zugeschaltet haben ich hoffe es geht euch allen gut ihr seid gesund wir sind auch alle wohl auf uns geht es auch gut und da sind die ersten 100 jawohl kommt alle rein wir fangen gleich an ich schalte mal hier schon mal rum auf den ersten artikel und zwar ist das hier monster energy drink 500 ml gibt es hier in vielen verschiedenen super sorten hier monster 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 da haben wir wirklich nicht viel glaubt drei oder vier paletten nur kostet die dose bei uns 77 cent zuzüglich einwegfahnd ich denke das lohnt sich auf jeden fall dann gehen wir mal hier rüber hier haben wir den sehr guten fusty grüner tee limette minze mango kamille 40 hibiskus was das blaubeer jasmin 0,4 liter flasche gibt es bei uns drei stück ein euro zuzüglich fand da haben wir ein paar mehr paletten auf lager das lohnt sich auf jeden fall reinzukommen hier haben wir rama streichfett balance 50 prozent weniger fett ein 500 gramm becher hier für 69 cent super 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 preis ich gehe mal mit euch weiter hier unser dauerbrenner fanta exotik ist total gefragt bei uns gibt es auch nur im laden 24 dosen 12,99 haben wir immer da zuzüglich fand und dann gehen wir mal weiter hier ist noch etwas da von dem kalten kaffee richtig stark kalten kaffee stark das ist eine coole sache hier kostet bei uns die achterkiste 2,99 dann hier reingekommen die sind mal richtig lecker kann ich sehr empfehlen das sind tirolinis nach art einer kamin wurzeln große packung hier 560 gramm kostet das kilo 6,99 sind alle unterschiedlich schwer das lohnt sich auf jeden fall sehr sehr gut wie immer die kartoffeln aus der region vom seefeldhof hier 5 kilo 1,99 noch mal ein paar paletten reingekommen lind ganzjahresmischung hier 750 gramm zu 3,99 wir haben noch butter da hier 250 gramm ungesalzen 89 cent mit salz 7 79 cent tortillas rubs classic 320 gramm von fuego 320 gramm 88 cent die ganz große tüte fuego tortillas chips 54 gramm anstatt 389 150 dann hier ist noch mehr streichfett letter original 10 prozent gratis 550 gramm 49 cent online gibt es das auch aber erst in zwei stunden jetzt 49 cent hier bei uns im laden so hier noch ein schönes angebot unsere super super saftigen orangen und zweieinhalb kilo netz haben wir zu 1,99 und wer drei netze kauft zahlt nur fünf euro das ist ein super deal flügel mini salami 250 gramm böcklunder 1,50 euro hier ein neuer artikel aus dem hause stumpf vom knabber mich hersteller gebrühte krakauer mit pikantem paprika gewürz das sind würstchen die sind hier gestreift mit paprika füllung ich habe sie noch nicht probiert aber sind bestimmt sehr lecker 280 gramm haben wir hier eine woche datum geben wir euch morgen für ein euro gibt es auch in der 500 gramm packung mit mit frischem mad dann kostet 399 ist aber auch super preis hier italienische mortadella ist was feines 70 gramm kostet fast drei euro normalerweise hat ein ganz kurzes mad ist aber made in italy und schmeckt super super lecker geben wir euch morgen drei stück für ein euro da werden wir nicht so viel haben die wird das wochenende wahrscheinlich nicht mehr überleben deswegen wer die mortadella will der soll morgen kommen dann haben wir hier natürlich ist noch da oder wieder da knabber mich classic ist wieder eine große menge reingekommen euer lieblings artikel meiner auch 170 gramm packung 1,79 euro hier nochmal die tirolinis sehr sehr gut so dann auch ein knaller mit vorne ganz kurz warten ja auch ein knaller hier ballisto der 10er pack aber nur die sorte mit joghurt die kostet morgen 1 euro bei uns 10 ballisto 1 euro es gibt auch müsli oder korn die kosten 1,29 diese hier 1 euro dann super artikel das erste mal bei uns das kennt ihr aus den apotheken das gibt es nur in apotheken das hier die dalmans salbei bonbons mit kirsche oder mit honig vitamin c sind kleine schöne dosen hier ist nicht so viel drin schmecken aber super lecker und kosten über drei euro normalerweise kriegt ihr bei uns für 1 euro 11 was habe ich vergessen hier ein schönes produkt aus der tiefkühltruhe das ist ein mini blunder mix da sind verschiedene teilchen drin kuchen wie auch immer wie viel haben wir drin 660 gramm mini blunder mix mini schokoschleife zimtschnecke vanille blunder und grenberry schleife 660 gramm packung bei uns 2 euro 49 und hier letzte woche habe ich euch vom besten käse der welt erzählt das kann ich diese woche nicht schon wieder tun deswegen sage ich jetzt das ist der zweitbeste käse der welt dann haben wir hier die 200 gramm mit den zwei mönchen drauf kostet bei uns einen euro das ist ein halber ladenpreis haben wir eine palette da wer einen guten käse haben will einen schönen schönen camembert hier der kommt vorbei ein euro nur noch was da vom bauern schinken und immer noch was da vom land schinken haben riesige mengen gehabt hier 79 cent es geht weiter dann auch ein schöner joghurtartikel hier sind die müller crema bromo packung 8 joghurt sind da drin 8 x 125 gramm kostet einen euro das ist mein favorit der möven pick feinster pudding mit schweizer schokolade den haben wir hier die zwölfer kiste der kostet normal ich glaube 89 cent oder sowas im angebot um die 50 cent gibt es bei uns die ganze platte mit zwölf stück für 2,99 wer weniger braucht 1 2 3 1 euro ja das lohnt sich auf jeden fall wer den will bitte reinkommen so hier gehen die letzten gäste schönen abend und dann haben wir hier noch für euch zu guter letzt hier schoko grossi classic und hier gibt es die chocolate chips white wir sind noch vereinzelt ein paar spekulatius drauf die kosten normal bei uns immer 1 50 aber das machen wir nicht wir machen jetzt für euch einen euro schoko grossi classic